Mein Name von CupTrader, wie geht's Ihnen denn? Och, alles gut soweit. Und selber? Auch gut, dankeschön. Klasse. Was gibt's denn? Es geht um Trading Online, Herr Maulwurf. Ah, klasse. Da hatte ich mich angemeldet, ne? Ja, da haben Sie sich angemeldet. Genau, genau. Ja, haben Sie Erfahrung damit gehabt, Herr? Nochmal, was war die Frage? Ob Sie Erfahrung hatten. Hatten oder haben? Hatten. Ne, bisher noch nicht. Ich möchte gerne anfangen. Mal ausprobieren. Gucken, ob sich das lohnt, für Zeit und Geld und so. Ja, genau. Welchen Betrag möchten Sie einsteigen? In die S4 steige ich immer rein, jeden Morgen. Aber was hat das damit zu tun? Ich möchte Geld verdienen. Ja, Geld verdienen. Aber Sie müssen investieren, ja? Ja, aber wie viel kann man denn verdienen bei euch? Kommt drauf an, wie die Märkte laufen. Wie die Märkte läuft? Na, dann kann das ja nichts werden. Was kostet das denn? Sie kaufen nicht. Sie investieren. Ja, aber was kostet das? Der Service kostet doch bestimmt Geld. Ab 3.000 Euro Check-Up-Träder investieren. Handel anfangen. Handel anfangen. Ja, dann dabei. Lass uns machen. Wie möchten Sie die Einzahlung machen? Oh, Sackhaare. Am besten überweisen, oder? Haben Sie Kreditkarte? Nee, brauche ich nicht. Kann ich überweisen? Ja, können Sie überweisen. Alles klar. Schickst du mir IBAN rüber, oder wie wollen wir das machen? Ja, ich sende die Bankverbindung. Alles klar. Ja. Was haben Sie für ein Ziel? Geld verdienen. Wie viel? Monatlich. Ich weiß ja nicht, wie viel Prozent kann man machen in einem Monat. Bratan, sag mir. Ja, auf 30 Prozent kommen Sie bestimmt. In einem Monat? 30 Prozent? Ja. Das ist gut. Und gibt es da so ein Limit, oder kann man das machen, solange wie man Lust hat? Bitte? Ha? Nochmal, ich habe Sie nicht verstanden. Ja, der Satz war zu lange. Kann ich das immer machen, oder geht das nur so drei Monate? Ja, Sie können das immer machen. Kein Problem. Solange ich Lust habe. Solange Sie leben, bis Sie tot sind. Ich hoffe ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, vielleicht. Weiß man nie. Ne, das weiß man nie, das stimmt. Ja, genau so. Also, Sie möchten mit 2000 Euro reinsteigen? Ja, ich glaube, das hört sich ganz vernünftig an. Und womit investieren wir dann? Bitcoin, oder was? Ja, nicht Bitcoin. Wir haben auch andere Möglichkeiten, außer Bitcoin. Oh, ja, so Doggecoin, oder was? Was? Doggecoin. Fragezeichen, Punkt. Deutschcoin. Deutsch? Ja, ist auch okay. Deutschcoin. Ja, klar. Wie viele hast du? Ich habe nichts. Das ist merk ich. Ich habe keine Deutschcoin. Keine deutschen. Hast du französische Coin? Nein. Auch nicht? Nein. Ja, aber was soll ich dir denn dann abkaufen, wenn du das gar nicht hast? Ich dachte, du wohl ein Handel machen. Und sie handeln auch nicht bei mir. Bei wem denn? Bei unseren Unternehmen. Bei uns. Aber du gehörst doch zu dem Unternehmen. Aber du hast gesagt, ich handel nicht mit ihr. Du widersprichst ihr selber. Ja, ich handel nicht an Deutschcoin. Womit dann? Ja, das, was mir gefällt. Was mir passt. Ja, und was wäre das? Die muss man doch alles aus der Nase ziehen, ha? Ja, sie stellen zu viele Fragen. Wieso stelle ich zu viele Fragen? Wenn ich dir 2.000 Euro gebe, dann darf ich doch Fragen stellen, oder was? Sie geben mir keine 2.000 Euro. Na doch. Ich will doch Investment machen. Ach wirklich? Sie wollen Investment machen? Ja, klar. Ich will Kohle verdienen. 30% bei einem Monat. Wie viel ist 30% von 2.000? Sie haben kein Geld zu investieren. Wie viel ist 30% von 2.000? Wie viel ist das dann? Daran scheitert es wieder. Entweder beim Rechnen oder beim Buchstabieren. Da kollabiert ihr immer alle. Oder wenn es um Stadtteile geht. Aus welcher Stadt kommen sie an? Ich kann nicht rechnen. Ja, das weiß ich. Darum sitzt du im Callcenter und zockst Leute ab. Und tust einen auf Finanzberater. Ja, genau. Ja. So wie sie meinen. Bist du auf die Welt gekommen? Oder hast du dir das erarbeiten müssen? Ja, genau so. Wie sie meinen. Ja? Verdammt. Jawohl. Es tut mir echt leid für dich. Soll ich dir irgendwie helfen? Oh. Mein Vater hat einen Schuh verbrannt. Soll ich dir die Arbeit besorgen? Ja. Ja, gerne. Da kriegst du, fängt erst nur 13 Euro die Stunde. Und wenn du gut bist, kannst du bis 20 machen. Musst du nach Hamburg kommen? Geh die Arbeit. Also musst du nicht hier am Telefon die Leute abzocken. Wie alt bist du? Sag mir, bist du fit? Ich komme mal vorbei. Bist du fit? Ja? Bist du körperlich fit? Ja? Oh, sehr fit. Das ist gut. Logisch. Wir haben Kollegen, die sind zwar sehr fette Menschen, aber sehr fitte Menschen. Es ist halt wichtig, dass du gute Ausdauer hast in Schuhfabriken. Und wie bist du? Bist du fetter oder nicht fett? Ich bin ein sehr fetterer, aber ein sehr fitter Mensch. Ein sehr fetter, sehr fitter. Ja, genau. Ah, gut. Ich esse zu viel Ofenkäse, weißt du? Ja. Ja. Sehr gut. Nee, ist gar nicht so gut, aber ich komme nicht davon los. Monster Energy und Ofenkäse und dann läuft die Ränder müde. Ja. Da hast du ein Problem. Das habe ich wirklich. Ja, vielleicht, wenn du dann in Schuhfabrik arbeitest, vielleicht können wir zusammen zu Fitnesscenter gehen. Ja, genau. Von wo rufst du an, Bratan? Sag mir. Ich rufe an, von Österreich. Von Österreich? Das kannst du mir nicht erzählen. Und wem? Wo bist du? Türkei oder Ukraine? In der Ukraine, Krieg. Wir machen Kriege. Ja, ist nicht schön. Ist gar nicht schön. Nicht schön, ja. Krieg ist nicht schön. Naja, aber ist auch kein Grund, hier die Leute abzuzocken, die euch helfen, Mann. Natürlich abzocken immer. Die Welt ist alles ein Betrug, oder? Ja, eigentlich nicht. Was denkst du, Junge? Wenn ich denke, dass ihr erst gestern wieder 120 Milliarden Waffenhilfe von uns gekriegt habt, ist es ziemlich scheiße, dass du hier jetzt anrufst und die armen Rentner abzocken willst. Ja, guck mal. Was arbeitest du, junger Mann? Ich habe Schuhfabrik, habe ich dir doch gesagt. Du hast eine Schuhfabrik. Ja, mein Vater hat Schuhfabrik. Dein Vater. Und du? Du hast nichts. Ich bin sein Freund. Du hast alles von deinem Vater. Ja, klar. Ja, das ist egal. Du musst etwas selber machen. Ja, mach ich doch. Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter. Junge, du machst gar nichts. Du hast das alles von deinem Vater, nicht von dir selber. Und was machst du? Du hast ein Headset vom Euroshop und sitzt auf irgendeinem Gartenstuhl. Was dein Vater im Jahr bekommt, bekomme ich im Monat. Ja, weil du ein kriminelles Schwein bist, darum. Jawohl, das ist kriminell. Richtig so. Ja, du bist ein richtiger Krimineller. Das glaube ich dir, dass dir das gefällt. Da muss man nicht arbeiten, muss man nicht zur Schule gehen, kann sich immer richtig schön schämen, wenn man in den Spiegel guckt. Das ist toll. Ist deine Mama stolz auf dich? So richtig. Natürlich, logisch. Ja, deine Mama ist stolz darauf, dass du ein Dieb und ein Bettler bist? Jawohl. Ja? Sehr stolz. Verdammt. Das ist richtig traurig. Wenn ich deine Mama hätte, wäre sie stolz. Ah, du bist so ein Laborkind, verstehe. Jawohl, ich bin Straßenkind. Straßenkind, ja. Die arme Straße, du. Dass die sich mit dir in Verbindung bringen lassen muss. Das ist echt schlimm. Versuch es doch mal mit einer Ausbildung und Arbeit. Warte, warte. Ich habe eine Ausbildung gemacht, junger Mann. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ich, Mediatechnologe. Mediatechnologe. Ist das aus Skyrim irgendeine Fantasiecharakterklasse oder was soll das sein? Warte mal kurz. Ich habe Nachricht bekommen. Ich muss zurückschreiben. Ich muss ja die Leute abziehen. Ja, du musst die Leute abziehen. Wie viel Geld nimmst du dem weg? Keine Ahnung, Mann. Wie viel Tausend will er investieren? Also wer dir Geld gibt, ist wirklich ziemlich doof. Das muss man ja schon sagen. Hast du Anydesk? Warte, warte, kurz. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Da wollen noch mehr Leute von mir verarscht werden. Warte. Ach, du mich verarschen, Junge. Seit 15 Minuten fast. Das ist mir doch egal, Junge. Ja, das merke ich, dass dir das egal ist. Auch mit dir kann man sich ja gut unterhalten. Du plauderst ja schön aus dem Nägel. Ja, logisch. Wie viele Leute verarschst du am Tag? Erzähl mal. Nein, privat. Nicht privat. Du bist doch so stolz drauf, dass du so viel Geld verdienst. Sag mal. Wie viele Leute schaffst du am Tag? Warte, warte. Nicht immer. Ich nehme nicht die ärmen Leute Geld, Junge. Na doch. Ich bin nicht blöd. Doch bist du. Sonst würdest du dir die Arbeit nicht machen. Ah, Junge, Junge, Junge. Guck mal an. Dafür kommst du direkt in die Hölle. Ich nehme nur die reichen Leute. Die reichen Leute, die haben Geld genug. Als ob du unterscheiden kannst, wenn jemand 250 Euro investieren will, ist der nicht reich, verdammt. Als ob du das unterscheiden kannst. So, warte mal. Und selbst wenn. Warte, warte. Bist du nicht Robin Hood, Alter? Nein, ich bin kein Robin Hood. Nein, du gehst abends hier durch und durchsuchst die Mülltonnen. Das ist echt nicht in Ordnung, Mann. Guck mal, der eine sagt, wie hoch ist die Gewinnchance. 100.000 Prozent Gewinne Profite. Ja, 100.000 Prozent. Dass ihr alle in den Knast kommt und in die Forensik. Jeder einzelne von euch. So, natürlich rentiert es sich, oder? Das rentiert sich. Ja, für dich. Was sagst du, Junge? Aber dein Chef verarscht dich doch auch. Ich habe keinen Chef, Mann. Ach, du bist der Boss da, oder was? Da kann das ja nicht klappen. Warte, warte, ich schreibe mal zurück. Schreibst du mit der Nase, oder hast du so Mund-Augen-Hand-Koordination gelernt als Kind? Nochmal, was? Ihr sagt, ob du mit der Nase tippst, oder ob du Hand-Augen-Koordination gelernt hast als Kind. Weil alles andere haben sie bei dir ja nicht hingekriegt. Warte, warte, ich schreibe mal zurück. Ja, das kann ja nichts werden. Nein, nein. Ich mache so lange mal die Anmoderation. Sag mal kurz still. Herzlich willkommen. Wir sind hier wieder auf einer neuen Sendung von Callcenter Schimpansen auf dem Weg in die Heimat. Wir haben hier ein entsprechendes Alphatier gefunden, das sich als Anführer ausgibt und werden jetzt versuchen, in die Konversation einzutreten. Entschuldigung, das musste sein, sonst wird das zu langweilig zwischendurch. Sehr langweilig. Möchtest du eine Banane haben? Komm mal her. Nee. Ja, komm, du musst so gehirnamputiert wie du bist, kriegst du doch keine Abschlüsse hin, nicht, dass du mir verhungerst. Komm dir eine Banane. Wo bist du denn live, Junge? Wo bist du live? Auf YouTube, oder was? Ja, klar. Ja? Immer. Wie viele Zuschauer hast du? Oh, vier gerade. Vier? Ja. Ja, die sollen mal arbeiten gehen. Ja, die sollen mal arbeiten gehen. Hast du gerade gesagt, die Leute sollen arbeiten gehen? Das ist ungefähr so geil, wie wenn der Rainer Winkler am Bahnhof die Leute anschreit, er verdient das Zehnfache im Monat wie dir und gleichzeitig arbeitslos ist. Kennst du den auch? Kennst du Rainer Winkler, oder was? Ja, logisch. Wer ist das denn? Ich kenne alle. Keine Ahnung. Ja, siehst du. Ein Dieb und ein Lügner und ungebildet wie die letzte Schabe in der Küche. Verdammt, Mann. Wie alt bist du? Ja, Samstag am Anfang April, ne? Musst du das vorbereiten. Du musst dich auf den 1. April vorbereiten. Du verstehst das doch gar nicht, wenn dir jemand einen Witz erzählt. Warte mal, Kurt. Ich geh mal weg. Warte, warte. Ich ruf mal den an. Gib mir mal deine Kollegin da im Hintergrund. Ich will mit dir flirten. Meine Kollegin? Ja, gib mir die mal. Nein, weil sie kann nicht flirten. Nein, das mache ich ja. Sie muss nur zuhören und mitmachen. Der eine will mit dir reden, flirten. Junge, willst du ihm ansprechen? Hol sie mal her, du bist doch der Chef. Nein, okay, nein. So, hol die Frau, dann investiere ich. Junge, ich bin mal weg. Du hast auch kein Geld, Junge. Vier Zuschauer. Was bekommst du von vier Zuschauern, Junge? Ganz viel. Geh mal arbeiten. Das ist Jeff. Komm bei uns arbeiten, Junge. Ja, alles klar. Wo ist das Callcenter? Komm, Hamburg. Hamburg? Ich wohne in Hamburg. Komm, Räperbahn, Alter. Ich prügel den hier ein. Wo wohne ich denn? Wo wohne ich denn? Ei, 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 ei. Ja, wo wohne ich zu Hause? Ja, klar wohne ich zu Hause. Du wohnst unter der Brücke. Wir können uns hier in der Mitte treffen, bei der Davidwache. Ja, genau. Wir prügeln uns vor der Davidwache, aber wir ziehen uns vorher komplett nackt aus, okay? Ah, Junge, mit dir prügeln ist wie Bananen essen. Ja, du isst, glaube ich, gerne Bananen. Bist du ein Piderass, oder was? Ich bin Einzelkämpfer gebildet, Junge. Einzelkämpfer. Du gehst zu Netto-Bananen-Klauen und hältst dich dann für einen Einzelkämpfer. Du wirst doch von der Kassiererin vertrügelt, die in drei Tagen in Rente geht. Ha, ha, ha. Junge. Meine Güte, bist du ein Piduch. Du hast keine Ahnung, mit wem du telefonierst. Irgend so ein Krimineller, der keine Ehre und keinen Anstand hat. Du tust mir leid. Du tust mir leid. Meine Güte, geht ihm eine richtige Arbeit zu. Du tust mir leid. Komm zur Schuhfabrik. Kannst du Sohlen annageln? Ja, Schuhfabrik. Was soll Schuhfabrik, Junge? Ich kann deine Schuhfabrik mit deinem Vater und alles, was du hast. Ich kann euch alles kaufen, Junge. Du kannst dir hier mal vorbeikommen. Ich gebe dir ein paar Schuhe. Ich habe Mitleid mit dir. Vielleicht findest du mit ein paar schönen Schuhen auch richtige Arbeit. Weißt du, wenn du mit einem linken Pantoffel und einer rechten Sandale zum Vorstellungsgespräch gehst und dann so redest, wie du das jetzt gerade tust, dann ist das klar, dass die dir nur Absagen reinmeddeln. Barfuß. Das ist bei den Hamburger Hygieneleveln eine sehr gute Idee. Nee, dann ist die Welt dich früher los. Mach das mal. Jawohl. Geh mal barfuß durch Hamburg. Hamburg ist sauber. Und kleb dich mal an irgendeiner Fahrbahn fest. Hast du dich schon mal irgendwo festgeklebt? Bist du so ein Klimatypi? Ja. Ja? Auch noch. Verdammt. Das Hasslevel geht auf 9000 zu. Jetzt hat er aufgelegt. Er muss sich schnell irgendwo festkleben. Was ein elendes Dreckspack ist. Gar nicht in Worte zu fassen, verdammt. Das ist mir nicht in Worte zu. Bis bald.